So, nun kommen die Hausgrundlagen, Baukundengrundlagen, Kenntnisse, das erste Häuschen bauen, aber wir nehmen den Schwefel hier noch mit, oder ich zeige euch den Schwefel, den Schwefel brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht, Schwefel braucht man, um dass man Schießpulver herstellen kann, kommt in den Ofen rein, aber ich kann es ja eigentlich mal mitnehmen, ne? So, bauen wir das mal schön ab. Oh, da ist ja auch noch Stein, sehr schön, da können wir, oh, hier ist alles von der Stein. Das ist sehr gut für die Demonstration. Jo, und übrigens, wenn ihr, deswegen müsst ihr auch immer schön was zu essen haben, weil wenn ihr abfarmt, äh, Bäume, Feld, Stein, was auch immer, sobald ihr was tut, äh, auch rumlaufen, ihr bekommt halt Hunger. So, hier laufen auch Tiere rum, also aufpassen, ähm, da ist zum Beispiel ein Reh, beziehungsweise ein Hirsch, die hauen eigentlich immer ab, die greifen nicht unbedingt an, aber bei den Schweinen muss man natürlich aufpassen, ne? Die greifen, die Schweine greifen an und es laufen auch Wölfe hier rum und deswegen wäre ich auch eigentlich froh, wenn ich mal einen Bogen hätte, aber das wird noch nichts mehr im Bogen, weil 20 Stoff ist ein bisschen wenig für den Bogen. So, guck mal, hier habt ihr schon ein bisschen Stein, ne? 3000 Stein, ich könnte eigentlich den auch nochmal mitnehmen, da. Und dann fangen wir gleich an zu bauen. So, ähm, Ray, oh, hier ist alles von der Stein. Nein, alles voll. Oh Gott, oh Gott, alles voll. Aber so viel brauchen wir gar nicht. Wir gehen da oben, glaube ich, mal hin zum Bauen. Apropos bauen, wir brauchen auch hier noch einen Bauplan. Und wir brauchen auch einen Hammer. Und den Pilz werde ich mal essen hier. So, ist das jetzt ein Schweinchen oder ist das wieder das Reh? Guck mal, wir haben hier wieder Stoff, beziehungsweise Hanf. Da bekommen wir Stoff draus. So, das noch mehr. Sehr schön. Haben wir jetzt schon genug für den Bogen? Wir brauchen, glaube ich, noch einmal. Und dann hören wir zu Bogenkräften. Da haben wir den Bogen. Jagdbogen. Weil, für den Bogen, was brauchen wir denn für den Bogen? Wir können auch einen besseren Bogenkräften. Wir können Corbon-Bogenkräften. Da seht ihr die Materialien. 100 mal Holz, 22 Metallfragmente, 2 mal Seil. Und hier haben wir rechts noch ein paar Stats. Das Schaden ist 100, Genauigkeit, da steht 0. Rückstoß 9,0, Feuerrate 60, Reichweite 60. Was hat der normale Bogen? Okay, der normale Bogen hat natürlich viel weniger. Da hat er 50, bloß 50 Schaden, Genauigkeit 2. Rückstoß ist 9,0, Feuerrate 60 und Reichweite 15. Ja, aber der braucht natürlich mehr. Also der normale Bogen hier braucht es. Okay, der braucht natürlich. Also der braucht mehr Holz, aber der braucht nur Stoff. Und der verbesserte Corbon-Bogen braucht nur. Also braucht auch 100 Holz. Aber dafür 25 mal Metallfragmente und 2 Seile. Die man dann auch durch Fässer und so bekommen kann. So. Inventar. Übrigens, wir haben ja eine Made bekommen. Mit der Made, die können wir auch essen. Und wir können dann mit Angeln gehen. Ja. Ich bin gerade voll sicher. Ich muss die Samen wegschmeißen. Und das können wir auch brennen. Leere Thunfischdose. Aber ich habe ja schon ein bisschen Metallärzt. Dann brauche ich diese Dose nicht. Wenn wir jetzt kein Metallärzt gehabt hätten, dann hätte man doch schon die Dose dann nehmen können zum Brennen. Okay. Das andere haben wir alles. Bauplan. Ich muss gucken, wo ist die Sonne. Okay, das wird nämlich bald schummerig. Wegen Bauen. Können wir hier nicht bauen. Ne. Da können wir nicht bauen. Doch, jetzt ja. Hier nicht. Man muss nämlich gucken, wo die Monumente sind. Kann man denn nicht bauen? Weil ab und zu, es könnte auch sein, dass es in der Höhle in der Nähe ist. Und dann wird es halt rot angezeigt. Dann kann man nicht bauen. Jetzt bin ich hier gerade wieder eben. Zu nah dran, da wird es rot angezeigt. Oder es ist halt so verwinkelt. Dann kann man auch nicht bauen. So, wo gehen wir am besten hin? Ich suche mir ja eigentlich, man kann auch in die Berge reinbauen und sowas. Aber das ist nichts für mich. Also, ich will schon, habe ich den Bogen jetzt schon gekräftet? Nein, natürlich nicht. So, Bogenkräften und hier ein paar Pfeile. So. Nicht zu viel, weil wir brauchen ja noch Ressourcen für unser Häuschen. Eigentlich ist das hier oben ganz nett hier, ne? Dass wir hier einfach mal bauen. Ja. Man kann, also ich mache einfach, ich baue einfach mal eine normale Putze, wo ich eigentlich immer mit anfange. Ähm. Mal vier mache ich das, ne? Einfach nur mal vier. Da könnt ihr ausprobieren, wie ihr wollt. Ne? Also, da gibt es ja keine Grenzen, ne? Ähm. Ja. Da haben wir hier halt die ersten Foundations gesetzt. Wie gesagt, kann man hier auswählen. Man kann hier einiges auswählen. Ähm. Guckt ein bisschen selber durch. Wir haben hier Dach, Dreieck. Man kann auch ein normales Dach. Aber das ist halt, wenn du auf dem PvP-Server spielst, halt überhaupt nicht Raid sicher, ne? Ja, das normale Fundament, was ich gerade eben gesetzt habe. Dreieckes Fundament kann man dann auch noch setzen. Könnte ich zum Beispiel auch mal als, ähm, Schleuse. Zeige ich euch das dann gleich mal. Wegen so einer Schleuse. Man spart natürlich auch dadurch Ressourcen. Ist ja natürlich auch klar. Boden, Dreieckiger Boden, Bodenrahmen. Haben wir hier Dreieckiger Bodenrahmen. Wand. Eingang zum Beispiel brauchen wir natürlich. Ersten Eingang mache ich mal hier hin. Und um doppelt sozusagen Schutz zu haben, äh, mache ich da noch einen zweiten Eingang hin. Und dann würde ich nämlich hier da eine Wand hin machen. Und hier auch. Und was ich noch zeigen kann. Hier unten ist natürlich offen, ne? Hier unten ist offen. Das bleibt aber nicht so. Sobald wir das nämlich upgraden. Äh, man kann natürlich auch aus Holz upgraden. Sagen wir mal, du hast am Anfang nicht genug Stein. Dann kannst du erst mal noch aus Holz, kannst du aus Holz upgraden. Und später kannst du dann halt, also aus Holz kannst du das dann bauen. Also aus Holz steht ja auch dazu Holz aufwerten. Und dann kannst du später noch upgraden auf Stein. Aber da ich hier jetzt genug Stein habe, mache ich jetzt direkt, ähm, benutze ich direkt Stein. So. Und jetzt ist das nämlich auch hier komplett zu, ne? Wo es eben offen war, ne? Würde denn hier auch jetzt hier, wo es offen ist, raus Stein, komplett zu, ne? So. Haben wir das nämlich auch dicht. So. Und immer gucken, dass wir richtig rum, man könnte ja auch, ne? Wenn man hier geklickt hält, geklickt hält, zack. Ich könnte jetzt drehen, dann ist die sozusagen, die empfindliche Seite da, ist außen. Das ist nicht gut. Man muss schon, dass man das Steinmuster hier sehen kann, ne? Also wieder umdrehen hier, zack. So. So ist gut. So sieht gut aus. Also, der Anfang jedenfalls. So. Und dann kann man hier auch noch upgraden. Oh, guck mal, da fehlt der Stein. Nein. Zum Beispiel, das habe ich kein Stein mehr, zack. Da meinte ich das eben aus Holz. So. Und hier kommt dann einfach nur eine stinknormale Treppe, eine Decke rein. Man kann auch mit Treppe, wie habe ich euch ja gerade gezeigt, man kann ja alles mögliche hier bauen. Da könnt ihr ausprobieren, ne? Ja. Könnt ihr rumspielen, wie ihr wollt. So, und da ich halt, ja, kein Stein mehr habe, nicht genug, gibt es ein Upgrade auf Holz. Und ich muss auch mit den Türen anfangen, zum Beispiel. Zwei Türen. Hm. Und hier haben wir ein Schloss. Auch zweimal Schlösser. Wenn man die Schlösser platziert, dann werden automatisch auch die Türen abgeschlossen. So, das hat sich gerade angehört wie ein Wolf. So, wo sind wir denn auf der Karte übrigens? Muss man mal gucken. Auf der Karte kann man ja auch gucken. Aber ich habe noch gar nicht die Karte gezeigt. Die riesen Rust-Cordi. Oh, hier unten sind wir. Zack. Dann kann man sich seinen Punkt, hier ist sein Punkt, der gelbe Punkt hier. Du bist hier. Mit Rechtsklick kann man den markieren. Ne? Man kann hier auch dann noch an der rechten Seite, haben wir noch wegen U-Bahn zum Beispiel, oder bestimmte Punkte hier setzen. Also die Ebenen. Oder halt von U-Bahn halt hier. Zack. Die U-Bahn geht hier lang. Kann man auch gucken. Kann nämlich unterirdisch dann die U-Bahn alles abklavern. So, ich mache mir wieder eine normale Ansicht. So einen Punkt gesetzt, dass ich weiß, wo meine Base ist. Und ganz wichtig natürlich ist ein Schlafsack. Das ist aber kein Stoff mehr. Ein Schlafsack kräften. Den Schlafsack dann platzieren. Und natürlich noch einen Bauschrank. Hier. Zack. Werkzeug. Also Werkzeugschrank, den braucht ihr auch. Ich habe gerade gesagt Bauschrank. Ich meine natürlich den Werkzeugschrank. So, und die Türen. Immer gucken, dass sie nach außen. Das gibt es nämlich. Wie ich, ich, damals gab es bei der, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Damals gab es auch, also wenn du die Tür verkehrt rum setzt, gab es ja sozusagen die weiche Seite und die harte Seite. Also für die Tür mit der Zarge nach außen, kann man die schneller raiden als wie mit der Lattenfläche. Ab das jetzt noch so ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da möchte ich auch nichts Falsches erzählen. Vielleicht wissen die anderen Profis ja. Vielleicht können die anderen Russ-Profis ja was dazu schreiben. Im Kommentarbereich. So, und jetzt habe ich sozusagen eine Schleuse drin. Zack. Ich mache ein Schloss ran. Zack. Ich mache hier auch ein Schloss ran. Das Schloss ist automatisch abgeschlossen. Man kann auch an das Schloss rangehen und kann man hier klopfen. Zum Beispiel eine Tür. Das ist auch ein interessantes Feature. Ja, ich kann jetzt aufschließen, denn der Punkt ist natürlich grün. Oder ich mache Abschließen. Habt ihr jetzt einen Mitspieler? Der braucht glaube ich einen Schlüssel. Ich meinte, ja, der braucht einen Schlüssel. Spielt ihr alleine, reichen auch die Standardschlüssel. Sonst könnt ihr auch einen Code-Log. Könnt ihr euch auch einen Code-Log craften? Code-Log. Da ist das Code-Log. Ist das natürlich einfacher. Braucht ihr aber auch 100 Mal Metallfragmente. Die muss man dann erstmal durch den Ofen einbrennen. So, bevor die Base komplett zerfällt, muss ich natürlich noch in den Werkzeugschrank platzieren. Und da muss dann Stein, ihr seht es ja hier, da muss Stein rein und Holz rein. Da wird die Zeit angezeigt. Geschützt für 0 Tage, also 12 Stunden nur. Material, was gerade drin ist. Weil wenn die Zeit abgelaufen ist nach 12 Stunden, 12,5 Stunden, dann fällt die Basis auseinander. Da gibt es auch einige Server, die haben das abgeschaltet. Da muss man gucken. Das nennt sich DK. Das nennt sich dann DK. Wenn der DK abgeschaltet ist, dann fällt die Basis nicht auseinander. Dann ist es egal. Ob da Ressourcen drin sind, dann ist das nicht so wichtig. Man kann auch einiges an Ressourcen da reinpacken. Zwar nicht alles, aber einiges. Und ja. Ich brauche aber mal ne Kiste. Ein Schlafsack fehlt ja auch noch. Es fehlt ja auch noch ein Schlafsack. Ich hole mal gerade ein bisschen Holz hier. So. Dann noch mal ne Kiste kreffen. Und ich habe wieder ne Made bekommen. Weil ich ja mal Holz rumkloppe, gäbe es wieder ne Made. Also falls ihr echt mal knapp dran seid mit Essen. Ja. Esst leckere Maden. Schön Eiweiß drin. Wir könnten eigentlich mal eine essen. Na guck mal. Okay. Wollt er nicht haben. Hat er sich übergeben. Es gibt auch Beeren. Man kann auch im Wald rumlaufen. Gucken. Es gibt Beeren. Die kann man auch sammeln. Sind ja keine. Oh. Wenn man von Teufel spricht. Blaue Beeren. Sehr schön. Ich höre doch schon wieder den Wolf. Müssen wir uns mal den Bogen ausrüsten hier. So. Bogen in die Hand. Rechte Maustaste gedrückt halten. Hat er nämlich den Pfeil gespannt. Da ist der Wolf. Ah den möchte ich jetzt nicht. Weil ich habe keine Rüstung. Man kann natürlich auch die Tiere denn. Bejagen. Schwein wäre mir jetzt lieber. Und ja. Wenn man die Tiere tötet. Oder auch Spielern. Dann kann man die auch. Man kriegt dadurch auch Knochen. Und mit den Knochen kann man sich auch so ein Knochenmesser craften. Und ein Knochenmesser ist auch ein Tipp. Und wenn ihr Tiere habt. Immer Knochenmesser dabei haben. Weil mit dem Knochenmesser. Bekommt ihr mehr Ressourcen raus. Ne. So. Ist der Wolf jetzt weg. Und was ich noch empfehlen kann. Eigentlich immer einen Bauplan dabei haben. Und mindestens 100 Holz. Weil wenn da mal ein Bär kommt. Und ihr seid unterwegs. Und da kommt ein Bär. Dann könnt ihr hier so eine Foundation setzen. Und wenn ihr eine Foundation gesetzt habt. Und ne. Als Beispiel geht hier rauf. Wenn ihr dann raufkommt. Und da kommt ein Bär. Der Bär kann euch nicht angreifen. Und dann könnt ihr. Und dieser Position. Denn egal wer. Wolf und Bär. Könnt ihr den halt in Ruhe erledigen. Guck mal. Hier so viel Schwefel brauche ich zwar nicht. Aber naja. So. Okay. Ja das muss man natürlich noch upgraden. Man sieht ja den Unterschied. Holz und Stein. Das muss ja noch abgegradet werden. Ich brauche noch einen Schlafsack. Guck mal ein Wurm. Keine Ahnung wo der herkommt. Ach die Kisten müssen wir auch noch platzieren. Darf ich vergessen. Mindestens noch ein Spieler drauf. Der eine Spieler könnte jetzt in der Nähe sein. Und er könnte mich töten. Und dann könnte er meinen ganzen Loot hier. Und meine Base. Und alles übernehmen. Guck mal. Ich habe kein Holz mehr. Das habe ich ja alles hier drin. Das reicht auch gar nicht. Reicht das auch noch für das Dach hier? Ja. So. Der Rest kommt wieder rein. Das könnte man blau also haben. Das könnte man jetzt anpflanzen. Lasse ich aber mal. Das könnt ihr dann selber ausprobieren. Die Kiste. Übrigens noch ein Tipp. Mit der Taste R. Könnt ihr Kisten. Beziehungsweise Items drehen. Guck mal. Ist doch nicht schön. Oh. Platz zu sparen. So. Wurmferndlass trinken. Das kommt da rein. Hammer kommt auch erstmal da rein. Bauplan wie gesagt behalten. Pfeile. Ich habe zu wenig Pfeile. Ich könnte eigentlich. Zwei mehr. So. Das sind so die Anfänger. Anfänger. Starter Grundlagen. Ich muss gucken ob ich noch ein Video mache. Vielleicht für den Ofen. Wollt ihr noch mehr sehen? Dann mache ich nochmal ein Video von. Ja. Einen Ofen. Ich bräuchte. Ein kleiner Tipp noch. Wenn ihr einen Schlafsack habt. Könnte ich jetzt. Also ich könnte mich selber killen. Und. Man kann hier Selbstmord machen. Oder es gibt noch einen Tipp hier. In die Konsole. Mit F1 in die Konsole. Und einfach nur einen Kill eingeben. Mache ich jetzt nicht. Dann bin ich tot. Also Kill erstmal eingeben. Und dann natürlich mit Enter bestätigen. Und dann stirbt man auch. Und dann. Ja wenn man jetzt. Wegen. Man braucht Fett. Man braucht Fett. Wegen Kraftstoff. Um an Kraftstoff zu kommen. Braucht man Fett. Ja. Dann könnte man halt sich selber töten. Aber. Aber. Beim ersten Mal gibt es noch ordentlich ein bisschen Fett. Aber beim zweiten. Dritten Mal. Ja. So oft. Das wird halt weniger mit der Zeit. So. Der Wolf. Der interessiert mich doch gerade ein bisschen. Der hier so rum. Ich brauche nämlich. Kann auch sein. Dass er hier ein bisschen reinpackt. Ist gerade nicht da. Übrigens. Das gibt es auch Airdrop. Da kommt er gerade. Airdrop. Müsst ihr gucken. Wenn einer von so einem Flieger kommt. Das könnte sein. Dass er ein Airdrop. Dann schmeißt er einen Airdrop. Eine große. Eine riesen Kiste. Da kann alles mögliche drin sein. Alles mögliche. Natürlich. Schön wäre es mit Waffen. Und ja. Wenn du natürlich einen vollen Server hast. Und ja. Da kommen die Spieler. Und ja. Dann bei einem Airdrop. Da ist richtig Action. Da ist richtig die Action. So. Ich glaube. Ich werde diese Folge aber erstmal beenden. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich gucke nochmal. Oh. Er ist gar nicht so weit weg. Ich werde die Folge beenden. Oder werde ich mal zum Airdrop laufen. Ich hoffe es bleibt noch hell. Ich laufe mal zum Airdrop. Das ist nicht so weit weg. Also ich würde sagen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Und bleibt gesund.